Guten Tag, ich komme aus Stuttgart. Ich bin auch Städte für den Apostel von European Muslim Youth and Student Organization, die überall in Europa tätig ist. Also das mit Fördergeldern. Ich bin auch seit sechs Jahren in Deutschland und wir haben auch immer Probleme damit, dass wir keine Fördergelder bekommen. Aber trotzdem, es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel auf europäischer Ebene, beim Europaparlament und andere Organisationen, die die Leute helfen. Ich bin auch Mitglied im Judengemeinderat und die bekommen auch Fördergelder, zum Beispiel 3.000 Euro und damit unterstützen wir auch die Leute von unserer Stadt. Also die bekommen nicht so viel Geld von den Kommunen, aber das, was wir bekommen, helfen wir dann den anderen Leuten damit. Und wir machen verschiedene Projekte und ja, also unser Ziel ist, also es gibt auch ein Ministerium, die dafür sorgt, dass die Jugendlichen Hauses Gelder bekommen, die Jugendlichen, die die Projekte planen wurden. Und das Ministerium zahlt dafür auch, wenn ich nicht die Nacht. Ich bin geschockt und gewöhnt zugleich zum ersten Mal im Leben als alter, weißer Mann. Und dann bin ich gespannt, was meine Frau und mein Sohn nachher dazu. Ich fand das Stichwort Jugendgemeinderäte ganz spannend, weil das glaube ich auch mit Blick auf menschliche Regionen, wo ich am Boden hierher komme und wo ich jetzt auch so arbeite, ein ganz wichtiger Faktor zu geben, dass Jugendgemeinderäte erstmal eine Möglichkeit bieten, sich als Jugendlicher in die Politik einzubinden. Das aber glaube ich sehr unterschiedlich ist, wie fest die Gemeinderäte im politischen Leben verankert sind und wie ernst sie auch von der etablierten Politik genommen werden. Und wo auch Wissenschaftlicherkeit besteht, ich glaube, das große Herausforderung ist, wie auch von vielen jungen Menschen gesehen wird, dass neben der demografische Wandel die Alterung vieler Städte und Gemeinden ein bisschen einen Teufelskreis darstellen kann. Dass wenn junge Menschen immer weniger werden im Vergleich zu älteren Bevölkerung, natürlich die ältere Bevölkerung auch sehr stark das öffentliche Leben an den Orten, auch das politische Leben prägen kann. Sei es als Wähler oder sei es als Personen, die sich in den Vereinen und Organisationen etablieren. Sodass, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe ist, zu gucken, dass sich auch Orte, die sehr stark wie ältere Menschen geprägt sind, trotzdem die Jungen nicht aus dem Blick verlieren. Was dann beispielsweise auch mit Blick auf die Gestaltung der Freiräume ist. So, ich bin mal auf der Stelle am Wohnensee als Jugendliche immer das Beispiel erlebt habe. Freie Partys am Seehofer, was für uns Jugendliche einfach wunderbar war und eigentlich die schönste Form der Freizeitgestaltung. Wo aber immer versucht wurde, die Jugendliche die Polizei nicht zu vertreiben, weil es ein Vorort war, ein Touristischen Ort, wo das halt stattfundlich nicht so gern gesehen wurde. Von daher, glaube ich, ist das wirklich ein spannendes Thema, wie sich junge Menschen in Orten und Regionen artikulieren, wo sie mehr und mehr zu einer kleinen Gruppe in der Gesellschaft werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke ganz schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.